Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube Video. Mein Name ist Alexander Wasitsch und ich habe genau ein paar Fragen an dich. Und zwar, du würdest von deinem Partner, deiner Partnerin verlassen. Dein Ehemann, deine Ehenfrau hat dich von dir scheiden lassen. Du hast Liebeskummer und weißt einfach nicht mehr weiter. Lass dir von Love Coach Robert Schaaf helfen. Gemeinsam haben wir ein 4 Wochen Online Seminar. Also ein 4 Wochen Coaching entwickelt. Dass dir genau 2 Tage in der Woche freien Zugang zum E-Mail Coaching gibt. Und du erhältst auch noch gratis Hörbücher von Love Coach Robert Schaaf. Das 4 Wochen Programm wurde genau an Leute mit Liebeskummer zugeschnitten. Und auch da so aufgebaut, dass es jedem hilft, seinen Ex-Partner, seine Ex-Partnerin zurückzugewinnen. Wenn du jetzt auch wissen willst, was alles in diesem Online Seminar, in diesem 4 Wochen Programm dabei ist, und wie du auch mitmachen kannst, dann klicke auf den Link und sei einfach dabei. Lass dich von Love Coach Robert Schaaf coachen und gewinne deinen Partner, deine Partnerin wieder zurück. Und wieder so wieder Freude an der Liebe. Starke Grüße, Alexander Vastitsch aus Wien. Starke Grüße, Alexander Vastitsch aus Wien.